Hallo und Willkommen, 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 Willkommen zurück auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werde ich mit euch ein bisschen durch ein Magazin blättern. Ich habe vor Wochen, wenn nicht sogar Monaten, mal die Nachfrage bekommen, ob ich sowas machen wollen würde, einfach durch ein Prospekt oder ein Magazin zu blättern. Und wenn ich das sage, ich lese keine Magazine und Prospekte, sondern einfach diese ganzen Discounter-Supermärkte, Dinger, die man so bekommt. Aber ich finde das irgendwie weird, durch sowas durchzublättern, weil das meiste Zeug da drin esse ich eh nicht. Ich esse keine tierischen Produkte und dann war ich so, keine Ahnung, was ich da genau sagen soll. Aber meine Mom hat mir letztens, weil ich auf die Aeros Tour gehe, hat sie mir das hier mitgebracht. Ja, ich habe jetzt einfach irgendwo gesehen, hatte ich gedacht, das bringe ich jetzt mal mit. Das ist einfach ein Magazin mit ganz schön vielen Outfits von Taylor Swift und auch die ganzen Outfits von ihrer Aeros Tour. Ja, da werden wir jetzt ein bisschen zusammen durchsblättern, was ich irgendwie weird finde. Also, irgendwie richtig komisch, als ich das gesehen habe, ist 100% inoffiziell. Warum steht das da? Haben die vielleicht keine Lizenz oder so dafür bekommen? Und deswegen, keine Ahnung, ja, auf jeden Fall. Das ist hier einfach nur so der Inhalt. Und hier sind wir jetzt bei den Bühnachtschubs. Das ist hier, ich gehe mal ein bisschen weiter zur Seite. Besser. Okay, die erste Error, sozusagen, ist die Lover's Error. Also Lover, nicht Lover's, Lover. Lover ist mein Lieblingsalbum. Und ich muss sagen, das ist auch das coolste Outfit. Der Body wurde so, so, so oft nachgemacht. Also habe ich auf TikTok gesehen, wie unglaublich viele Leute sich da richtig viel Mühe geben. Und hier ist noch der Blazer, den sie trägt, wenn sie The Man sieht. Und hier ist die Setliste angegeben. Miss Americana and the Heartbreak Prince, Grusome of the Man, You Need to Calm Down, Lover and the Archer. Von der Setliste, würde ich sagen, ist mein Lieblingslied, Miss Americana and the Heartbreak Prince. Aber The Archer ist auch wirklich gut. Eigentlich sind alle Lieder darauf gut. You Need to Calm Down, nicht so arg. Ich habe auch hier hinten die Lover's, ähm, Platter. Als nächstes Fearless, Era, muss ich sagen, eins meiner, nicht so, also das Album höre ich kaum. Die Setliste ist auch nur sehr kurz. Fearless, You Belong With Me and Love Story. Ich glaube, davon würde ich sagen, ist mein Lieblingslied. You Belong With Me. Das Ausstrahl ist auch mega, mega cool. So gold. Dann Evermore. Das Kleid ist richtig, richtig schön. So gelb fließend. Die Setliste ist, This Time Season, Willow, Marjorie, Champagne Problems and Tolerated. Super schwer, sich da zu entscheiden. Weil Evermore ein richtig gutes Album ist. Ähm, von der Setliste würde ich jetzt Willow wahrscheinlich als mein Lieblingslied nehmen. Tolerated auch. Ich glaube, ich glaube, der Stand Season ist nicht so meins. Wäre halt mein Lieblingslied, nicht so, würde ich nicht denken an ihrer Stelle, aber... Nächste Reputation, mein zweit Lieblingsfolge. Das Outfit ist auch mega. Ich muss echt sagen, sie trägt ja immer so, ähm, Strumpfhosen, ne? Die so Hautfarben mäßig sind, aber die ihre Beine auch so glänzen lassen. Und sie trägt ja mehrere oben drüber und auch so ein Netz, sieht man ein bisschen. Und es sieht so gut aus. Ich muss herausfinden, wie genau sie das macht. Die Setliste ist... Ready for it. Delicate. Don't play me. Und look what you made me do. Alles so gut, Nina. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen... Delicate. 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 Oh, Speak Now. Und weil wir die zusammen auf einer Seite gebracht haben, das Geld ist so, 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 so schön. Aber wenn ich mich recht erinnere, trinkt sie bei der Tour immer unterschiedliche Kleider bei Speak Now. Ich bin mir jetzt aber auch nicht so zuhundertprozentig sicher. Die Setliste ist auch sehr kurz. Enchanted und, äh... Oh, ich muss mal drücken. Enchanted. Aber ich muss sagen, Speak Now kenne ich... Weiß ich gar nicht, ob ich alle Lieder richtig kenne. Bin ich ehrlich? Ich habe erst ab Reputation angefangen, Taylor Swift richtig zu hören. Dann Red. Die Setliste ist 22. We are never getting back together. I knew you were trouble. Und all do well. All do well. Die 10 Minuten Version. Als nächstes... Folklore. Ich finde eins der besten Alben, auch wenn sie nicht mein Favorit ist, aber trotzdem mega. Ich glaube auch die längste Setliste ist. Invisible Strings. The One. Betty. The Last Great American Dynasty. August. August. The Last Great American Idol. Elyssent. Äh... Affairs. My Tears Ricochet. Und Cardigan. In meinem Kopf will ich die ganze Zeit ernst sagen, dass ich Englisch spreche, das ist so komisch, Deutsch in einem Video zu sprechen. Auf jeden Fall würde ich da sagen, August und Cardigan sind so meine Lieblings. My Tears Ricochet auch. Mega. Aber Cardigan ist ein weiter. August auch. Aber ich glaube, ich mag August nur so richtig, weil ich in August geboren bin. Dann ihre nächste Era. Ich war jetzt gerade am Überlegen, ob ich so ein Deutsch finde. Ich sage so, 1989. Oh, mega. Das schönste Töte. Ich weiß gar nicht. Ah, hier habe ich gar nicht so drüber geredet. So ein beiges, langes Kleid. Und hier Grünglitzer mit Perlen. Also viele, die auf die Arrows tun gehen, sehen ja so sowas an. Geben sich richtig, richtig viel Mühe. Hier ist die Settlers Style, Blank Space, Shake It Off, Wildest Dreams und Bad Blood. Wildest Dreams ist einer meiner Lieblingslieder, deswegen. Das auf jeden Fall als Favorit. Aber Blank Space, Style, Shake It Off, Bad Blood, das sind alles so... Also einiger bekanntesten Lieder sind so krasse Lieder. Eigentlich ist das Album so irgendwie das, was sie so richtig krass ausgemacht hat. Dann hat sie noch ein Augustik-Set. Das waren aber jetzt auch immer verschiedene Lieder. Aber auch mega schöne. Ich liebe Grün. Grün sieht eigentlich, finde ich, an jedem gut aus. Ob dunkelhaarig, blond, besonders gut bei Leuten mit roten Haaren. Ich muss mein Grün tragen. Dann die Midnight-Era, ja, jetzt mittlerweile, so vorletztes Album, ja. Mittlerweile ist ja The Tortured Poets Department rausgekommen. Oh, Midnight's. Diese Weste, die einfach so wirklich Lametta pur ist. Und dann wieder Glitzerperlen. Setlist, Lavendice, Antihero, Midnight Rain, Vingelante Shit, Bejeweled, Mastermind und Karma. Das wird jetzt schwer. Ich würde sagen, Lavendice. Lavendice oder Midnight Rain. Dann zehn Wahnsinns-Fakten zur ersten Tour. Die Fakten sind, US-Stadt Glendale wurde zur Swift City. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Also diesen ganzen Text hier. Nummer zwei. The AeroStore. Auch auf der Leinwand, auf Rekordkurs. Zwei Millionen, Nummer drei. Zwei Millionen Tickets an einem Tag. Nr. 4, großzügig, großzügiger Teller Swift. Aber da geht es darum, dass sie all ihren Mitarbeitern extreme Bonusser bezahlt hat. Nr. 5, Leuchttarmbänder für alle. Nr. 5, 5, 5, 5. Nr. 6, 6, Swifties verursachen Erdbeben. Nr. 7, 7, 7, 7, 7, Glitzer Support von Taylor's Dad. Nr. 8, 8, 8, 8, die Chance der Swifties. Ah, wo die immer mitsingen. Nr. 9, 9, 9. Parkplatz-Party für Taylor. dass viele sich auf den Parkplätzen vor dem Konzert vor der Halle versammeln um mitzuhören hatten mir und ich und meine Freundin auch vor wenn wir keine Karten bekommen hätten da waren wir zum Glück dann Nummer 10 Taylor Swift sorgt für boomende US-Wirtschaft dann hier noch weiter Outfits bei den Country Music Awards 2007 krasses Kleid Country Music Awards 2008 hat sie noch kein Pony was jetzt auch irgendwie so ihr Markenzeichen ist ein Pony Country Music Awards 2009 richtig schön so gold MTV Video Music Awards 2009 ah das war das wo Kanye West auf die Bühne gekommen ist muss ich wirklich sagen so eine peinliche Aktion von einem erwachsenen Mann dass er das einem richtig jungen Mädchen angetan hat Academy of Country Music Awards 2009 richtig schön auch Grammy Awards 2010 sehen richtig richtig schön Nashville Symphony Ball 2011 da war das an der Pony finde ich steht hier auch tausendmal besser das Kleid ist richtig schön ich liebe von Silber ich trage auch nur Silber und Schmuck manchmal weiß ich aber nicht ob mir Gold mehr stehen würde das ist auch so eine Sache man sagt ja immer so manche Leuten steht nur Silber manche steht nur Gold ich glaube dass ich eher ein Silber Typ bin ich hoffe es weil mein ganzer Schmuck selber ist es wäre dies ein bisschen trof zu sagen Gold wäre besser Academy of Country Music Awards 2011 auch oh da ist der Pony plötzlich weg ist er da nur angeklipst oder warum vielleicht war das eher danach nein der war locker nur angeklipst ich bin einfach so ein Fan von ihrem Pony ich finde das sieht nicht so gut aus die Frisur Gold Club 2013 ich glaube hier fängt es richtig an Grammy Awards 2013 jetzt sehen jetzt sehen ich habe jetzt weiß ich so weitere Looks hier geht's weiter ich denke ihr könnt euch das sehen oh lallyu gut Von den Haaren her Wie kennt man da jetzt nicht so viel, finde ich? Matte Color Pre-Cramming Color Richtig Schmeckt ja wohl her Aber auch irgendwie cool Über dieses Kleid wurde so viel geredet, dass sie da so gut aussah. Also das war wirklich so ein cooler Look Da war ich nicht so ein Fan von den so richtig kurzen Haaren. Da sieht sie irgendwie so richtig streng aus. So anaventurmäßig Aber ihre Haare tun mir einfach nur leid, weil so blond zu sein, da kann man die dicksten Haare haben. Das endet nicht gut Na hier nochmal. Wie gesagt, nicht so ein Fan von den so streng kurzen Haaren. Das sind einfach so Fragdinger. Jetzt weiter. Mega cool Mega cool Ich habe jetzt nicht geguckt, aber jeder sagt, dass es richtig schlimm ist. Ich glaube, Taylor hat da nur mitgemacht, weil sie Katzen einfach so unglaublich liebt. Aber der Film soll wirklich richtig schlecht gewesen sein. Film, Musical, was auch immer Billboard Woman of Decades 2019 Auch richtig schön, die Details hier oben. Guck mal Time Time 100 Color Das ist so schön Leute mit blonden Haaren Die so richtig Pastell So Gleiches Pink Rosé tragen Ich muss sagen Bei ihr sieht das gut aus, aber ich würde nie so Ovanis tragen Bei mir würde das so doof aussehen. Und ich bin nicht so ein Fan von Blazern. Ich glaube, ich mag das einfach. Ich mag das noch nicht an mir. Bei allen anderen, wenn ich Leute sehe mit einem Blazer, so Frauen, ich bin immer so mhm. Sieht ganz cool aus, aber an mir bin ich so mhm. Nein Nein Bilbo Music Bilbo Music Grundklasse 2020 Grundklasse 2020 Muss ich sagen, gefällt mir nicht so arg Die Farbe passt nicht so irgendwie zu ihr, finde ich Oder vielleicht Oder vielleicht Jetzt auch in dem doofen Hintergrund Aber Die drehe ich so ein bisschen blass dran aus All too well, New York Premiere, so was du denkst Richtig Cool Ich versuche gerade nicht, dass man sich das auch spiegelt Und Das ist ein cool Sonnwirt Würde ich auch nicht tragen, weil ich weiß nicht einfach, ich würde da drin aussehen Als wäre es ein Kostüm, als wäre es nicht ich Ihr steht da so Satz Richtig Hos 37 American Music Awards 2022 Also Old Hollywood Mask Toronto National Film Festival 2022 Das ist mega pretty und ich mach kein Gold. Ich red's mir an kein Gold zu mögen, glaub ich. Aber das würde ich auch abziehen. Richtig schön passt auch so gut zu ihr nach. Das Kleid war ja auch mit so viel drüber geredet. So cool. Das ist Omega, MTV Europe Music Awards, Look 1. Da kommst du zwei Looks raus. Oh, und zweiter Look. Das sieht man nicht so viel, weil diese riesigen Preise vor ihr sind. Grammy Awards 2023. Und auch iconic. Einfach das Blau. Midnight's-mäßig. MTV Video Music Awards 2023. Auch mega schön. Blau ist, finde ich, die dir richtig gut. Also so blau, blau-schwarz, oder? Ja. Mitternachs-blau. Grammy Awards 2024. Vierundzwanzig. Schichtig schön elegant, weil auch so ein bisschen, finde ich so, in ihrem Musikvideo mit, ähm, Post Malone. Zu Fortnite. Ist ja auch so ein bisschen angehauchter von. Es war so ein Hint darauf. Und da sind die Europataten. Ich fand das so witzig bei... Jimmy Kimmel oder so war das, glaube ich. Als er gesagt hat, äh, ja, Taylor Swift spielt da überall in Europa. Und dann, ähm, wo zum Teufel ist? Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Oder so ähnlich hat er es ausgesprochen. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Ich will sie dreimal. Das ist ja wirklich krass, weil das so... Ja, davon hört man nicht unbedingt. Aber da ist halt diese riesige Felddienst-Arena. Ähm, ich glaube, dort war ich auch mal bei einem Ed Sheeran Konzert. Ja. Ich hoffe, das Video war cool, entspannend. Wie auch immer. Und... Ich hoffe, ich sehe euch in meinem nächsten Video. Ciao.